Das Bandoneon hat einen wunderbaren Klamm und ich kenne viele, die es gerne mal ausprobieren würden. Aber jeder sagt, dieses Instrument ist unglaublich schwer zu lernen. Jetzt habe ich ein Buch herausgebracht, das dich bei den ersten Schritten am Bandoneon begleitet. Einfache Stücke und viele Grafiken machen dir den Einstieg leicht. Zum Buch gehört auch eine eigene Website. Dort kannst du alle Stücke als Audiodatei anhören. Wenn du mehr wissen willst, frag im Musikhandel nach oder bestell das Buch online direkt bei mir. Aber das ist ein Buch. Es war eine spezielle��ete. Um, wie du das? Das ist ein Buch. Ein Buch.